Die Kryptowährung Polygon macht Ethereum schneller, günstiger und somit natürlich besser. Außerdem gab es zuletzt News rund um eine Partnerschaft mit einem der weltweit größten Zahlungsanbieter. Doch lohnt sich jetzt noch ein Einstieg für Anleger? Wir schauen uns das Ganze einmal fundamental an und aber auch natürlich technisch. Also, let's go! Was macht eigentlich Polygon? Die Ethereum Blockchain ist die Heimat für viele verschiedene Anwendungen und Projekte. Von NFT-Marktplätzen, Blockchain-Games bis hin zum DeFi-Ökosystem sind im Laufe der Zeit eine Menge Apps, sogenannte DApps, DApps auf Ethereum entstanden. Da diese aber alle ihren eigenen Traffic in Form von Transaktionen auf der Ethereum Blockchain erzeugen, führt dies bei hoher Auslastung zu massiven Problemen. Also, die wachsende Beliebtheit dieser Anwendung führt letztendlich nur dazu, dass die Ethereum Blockchain überlastet ist und die Transaktionsgebühren manchmal so hoch werden, dass kleine Investitionen wirtschaftlich unrentabel werden. Kleine Investoren also haben zum Beispiel auch kein Interesse mehr daran, Ethereum bzw. Anwendungen auf Ethereum selbst zu nutzen. Ist ja kein Wunder, wenn du 300, 400 Euro investierst und dann damit, dass du es versenden möchtest, 40 oder 50 Dollar bezahlen musst, steht ja natürlich in keinem Verhältnis. Und genau an diesem Punkt kommt Polygon ins Spiel. Polygon ist eine sogenannte Layer-2-Skalierungslösung und die eben entsprechend schnelle Transaktionen bei niedrigen Kosten ermöglichen soll. Polygon ist also eine Art Sidechain, was du dir so ein bisschen wie eine zweite Blockchain vorstellen kannst, die parallel neben der eigentlichen Ethereum Blockchain läuft. Und Layer-2-Skalierungslösung gibt es nicht erst seit gestern. Wir diskutieren zum Beispiel in unserer Cryptory Community schon lange über die Funktionen und möglichen Potenziale von Layer-2-Lösung. Besonders im letzten Jahr konnten eben solche Projekte aus diesem Bereich enorm an Fahrt aufnehmen und begannen zu skalieren. Was bedeutet, dass es ihnen gelingt, die Ethereum Blockchain nachweislich zu entlasten und zu verbessern? Schauen wir uns das Ganze mal bei CoinMarketCap an, wie sich eben entsprechend Polygon verhalten hat und entwickelt hat. So, hier sind wir eben entsprechend bei CoinMarketCap und wir schauen uns hier einfach mal die Statistik bzw. das Verhalten, wie sich der Coin eben entsprechend entwickelt hat in der Zeit. Das heißt, 2019-20 ist hier nicht allzu viel passiert. Ja, wir wissen natürlich auch, was hier das Problem war. Und als dann eben entsprechend der Bullrun losging bzw. schon am Laufen war, haben sehr viele Leute gleichzeitig gemerkt, oh, damit ich unter anderem auch, wenn man Transaktionen auf dem Ethereum-Netzwerk macht, diese deutlich teurer werden. Und dementsprechend sind eben entsprechende Skalierungslösungen wie Polygon richtig nach oben geschossen, weil sie ein tatsächliches Problem gelöst haben. Das heißt, schauen wir uns doch einfach mal so ein bisschen an, was sich da hier in den Zeiten getan hat. Ja, also quasi von dem Investment von knapp hier 2000, was war das, 2019 bis 2020 hast du knapp 0.01 bis 0.02 ungefähr zum Beispiel bezahlt für dein Investment pro Coin. Und letztendlich, das All-Time-High hatten wir hier knapp bei 2,87 Dollar. Also Polygon auf jeden Fall einer der Top-Gewinner des letzten Zyklus. Was wäre denn passiert? Hätte man zum Beispiel vor einem, zwei oder drei Jahren eben entsprechend den Polygon investiert. So, das heißt, hättest du vor einem Jahr investiert, wärst du immer noch bei 9.074 Dollar. Das heißt, du wärst leicht im Minus. Hättest du aber bereits vor zwei Jahren investiert, wärst du eben entsprechend bei 10.800 Dollar gewesen. Das heißt, du hättest 800 Dollar plus gemacht. Aber hättest du diesen Coin vor drei Jahren eben schon auf dem Radar gehabt, weil du eben diese Problematiken gesehen hast, mit im Sinne von Ethereum hat ein Skalierungsproblem, das gelöst werden sollte, dann herzlichen Glückwunsch. Wäre eben entsprechend vor drei Jahren dein Investment heute 700.000 Euro wert, hättest du damals 10.000 Euro in Polygon investiert. Also, dementsprechend ist natürlich ganz klar, dass Altcoins in bestimmten Bereichen enorme Rendite versprechen können, wenn wir wissen, nach was wir gucken müssen. Lass uns das nochmal ein bisschen genauer angucken, und zwar am Chart auf TradingView. Und ich nehme dich da jetzt einfach mal kurz mit und will dir mal so ein bisschen meine Eindrücke schildern, die ich hier aus dem Chart lesen kann. Also, der Aufwärtsimpuls am Kryptomarkt seit Jahresbeginn führte bei Polygon, hier vom Tief in etwa bis eben entsprechend auf das Hoch, auf gerade einmal, ich ziehe das mal kurz raus, auf gerade einmal 100%, 106%. Was im Vergleich zu anderen Altcoins relativ moderat ist. Das heißt, die Ready wurde bei knapp 1,55 Dollar erst mal ausgestoppt, weswegen wir hier eben entsprechend auch einen Widerstand eingezeichnet haben, den du eben hier auch als rot erkennen kannst. Das positive Momentum ging dann eben entsprechend im Februar verloren. Das heißt, hier hatten wir zum allerersten Mal einen sogenannten dynamischen Marktstrukturbruch, den du hier erkennen kannst anhand dieser lila Linie. Dieser wurde eben entsprechend gebrochen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell hier in diesem Bereich seit dem März, beziehungsweise März bis Mai, eben in einer, ich sag mal, seitwärts, beziehungsweise absteigenden Phase. Und notieren aktuell bei einer relativ wichtigen Unterstützung hier im Bereich 95 Cent. Das heißt, diese grüne Linie ist natürlich unser erster Support-Bereich. Diese grüne Linie ist erstmal der eine Punkt, wo wir sagen könnten, hier könnte man den ersten konservativen Einstieg mal wieder parken, wenn man möchte. Gehen wir dazu mal in den 4-Stunden-Chart. Und auch hier werden wir noch ein paar Details ausfindig machen für uns. Hier im 4-Stunden-Chart wird eben entsprechend die Seitwärtsphase, in der wir uns aktuell so befunden haben, beziehungsweise noch befinden, durchaus deutlich. Das heißt, wir haben jetzt aktuell zwei mögliche Szenarien. Wie immer gibt es zwei Szenarien. Das heißt, Trading an sich ist nicht irgendwie Glaskugel lesen, sondern wir wollen uns auf die Seite stellen, die wahrscheinlicher ist. Und dementsprechend geht es jetzt hier für mich darum, erstmal diesen Bereich hier möglichst entweder bullisch zu überschreiten oder eben entsprechend hier bärisch nach unten auszubrechen. Und die Seitwärtsrange, von der ich eben entsprechend spreche, ist dieses Low. Das heißt, hier knapp bei 95 Cent bis hoch eben zu 1,18 Dollar, 1,20 Dollar. Und in dieser Range befindet sich der Kurs eben entsprechend auch schon seit dem März 2023. Kommt es also jetzt zu einem Ausbruch hier nach unten, dann kann es durchaus sehr, sehr, sehr schnell passieren, dass wir tiefe Levels nochmal testen, darunter eben auch psychologische Marken, wie zum Beispiel 80 Cent bei eben entsprechend Polygon. Andererseits sollten wir das Ganze hier nochmal bullisch bestätigen können, das letzte High eben entsprechend auch brechen, dann gehe ich davon aus, dass wir sehr wahrscheinlich wieder eben entsprechend auf den 1,18 Dollar, 1,20 Dollar Bereich hier hochgeschraubt kommen auf Polygon. Ob wir den aber brechen, ist in meinen Augen aktuell eher ein bisschen unwahrscheinlich. Das heißt, ich würde hier langfristig eher davon ausgehen, dass wir vielleicht nochmal tiefere Zonen sehen. Also müsste ich mich jetzt positionieren, würde ich jetzt an dieser Stelle keinen Long Trade aufmachen, sondern ich würde eher warten, was hier in dieser Range passiert, weil es für mich ziemlich sicher ist, dass wir hier nach unten gehen könnten. Und diesen Bereich will ich natürlich dann, wenn wir hier sind, das Ganze von unten nochmal testen, dann eher auf fallende Kurse setzen, also eben entsprechend nochmal shorten, um vielleicht bei 80 Cent nochmal einen langfristigen Einstieg zu wagen auf höhere Kurse. Und bis dahin gehe ich auf alle Fälle erstmal von fallenden Kursen aus. Zurück vom Screen, zurück zum Thema fundamentale Research bei Polygon. Da die erste Frage, wer nutzt überhaupt Polygon aktuell? Und hier helfen uns eben entsprechend Onchain-Daten, unter anderem auch Daten von DeFi-Lama, DeFi-Lama. Und hier können wir eben entsprechend dann auch gucken, wie viel Total Value Locked, also wie viel Geld ist aktuell in Polygon geparkt? Das heißt Total Value Locked, beschreibt in diesem Fall die Menge an Assets, die auf der Polygon-Sidechain hinterlegt sind. Möchte also ein User die Vorteile von Polygon, die geringen Transaktionskosten zum Beispiel nutzen, muss er seine Assets vorerst entsprechend in das Ökosystem mit Hilfe einer Bridge übertragen. Und die übertragenen Assets zählen dann zu der TVL-Statistik. Und aktuell sehen wir hier einen relativ hohen Total Value Locked. In den letzten 24 Stunden hat sich das leicht verändert. Und wir sehen aber auch, bei welchem Protokoll aktuell das meiste gelockt ist. Das heißt, wir haben hier auch eine große AVE-Dominanz mit 32,52%. Und auch hier sieht man natürlich, okay, wann ist das Ganze denn Thema eigentlich akut geworden? Wann ist das denn eigentlich losgegangen? Und es deckt sich natürlich super gut auch mit der bullischen Marktphase, die wir vorhin auf CoinMarketCap gesehen haben. Weil eben entsprechend, warum switchen Leute auf das Polygon-Netzwerk? Naja, ganz klar, weil sie eben zu hohe Transaktionsgebühren auf dem Ethereum-Netzwerk bezahlen. Und so können sie eben entsprechend weiter im Crypto-Space arbeiten, aber haben einen Bruchteil der Kosten. Kommen wir mal zu den User-Zahlen im Vergleich zu Ethereum. Im Januar dieses Jahres konnte Polygon sogar zum allerersten Mal die täglich aktiven Adressen, die auf dem Polygon-Netzwerk aktiv waren, eben entsprechend von Ethereum übertreffen. Und das für ein Layer-2-Projekt, das ist ein Hammer wert. Und des Weiteren, auch unter den Top-Layer-2-Bewertungen schneidet Polygon einfach am besten ab. Das heißt, wir haben hier natürlich StarkNet, wir haben hier Optimism, Arbitrum und wir haben hier eben entsprechend Polygon. Und Polygon schneidet hier einfach langfristig am besten ab. Liegt natürlich aber auch daran, dass Polygon First-Move-Advantage hat. Das heißt hier als einer der ersten im Markt, dass sie schon vieles richtig gemacht hat. Nochmal zum Verständnis. Wer verwendet eigentlich all die Lösungen von Polygon? Ganz einfach. All jene, die die Vorteile und das breite Spektrum an Anwendungen auf der Ethereum-Blockchain nutzen möchten und dabei möglichst geringe Transaktionen zahlen wollen. Kommen wir zum Thema Partnerschaften. In letzter Zeit konnte Polygon zudem immer wieder mit starken Partnerschaften auffallen, die gezeigt haben, dass ebenfalls große Player und Unternehmen an der Technologie interessiert sind. Darunter sind unter anderem Firmen wie Stripe, Reddit, Walt Disney, Adidas, Starbucks, Adobe und Meta. Oder wie zuletzt der Finanzriese Franklin Templeton, der seinen Geldmarktfonds mit Hilfe von Ethereum und Polygon effizienter gestalten möchte. Und dazu gab es nämlich eine richtig coole News auch auf Coindesk, wie er 1.4 Trillion eben entsprechend auf Polygon laufen lassen möchte. Aktuell enthält nämlich Franklin Templeton über 1,4 Trillion Assets under Management. Der Investment-Gigant sagte eben in einem Presse-Release auf der Consensus 2023, dass er nach Möglichkeiten guckt, schnellere und sichere Transaktionen eben auf Blockchain-integrierten Systemen abzubilden. Und da ist natürlich Polygon ein Garant. Franklin Templeton per se ist eigentlich schon lange in Blockchain-Technologien investiert, beziehungsweise sieht Blockchain-Technologien in der Vergangenheit schon als das nächste große Ding, um eben finanziell einfach effizienter arbeiten zu können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir davon noch nicht das letzte Wort gehört haben. Vor ein paar Tagen gab es dann auch noch eine Ankündigung von dem Zahlungsriesen Mastercard selbst. Auf der Consensus 2023 ebenso wie Templeton präsentierte der Zahlungsriese die Mastercard-Crypto-Credentials in Zusammenarbeit mit Polygon. Aber nicht nur mit Polygon, schauen wir uns den Tweet doch mal an. Nicht nur mit Polygon, sondern auch mit Solana und eben entsprechend auch Avalabs soll hier zusammengearbeitet werden. Der Hintergrund natürlich auch hier wiederum Sachen wie NFTs, Ticketing und so weiter, Payment Solutions. Das heißt, auch Mastercard widmet sich dem Thema Skalierungslösungen auf dem größten Netzwerk Ethereum zu. Kommen wir zum Fazit. Lohnt sich ein Investment? Schauen wir uns dazu einfach mal die Pro-Seite zuerst an. Du hast auf der Pro-Seite natürlich, wie eben erfahren, viele starke Partnerschaften. Und wir haben aber auch gesehen, wie viel Total Value Lock drin ist. Das heißt, du hast eine der meistgenutzten Layer-2-Lösungen, in die du investieren möchtest. Polygon skaliert und bietet eben entsprechend auch Staking Rewards an. Und du hast eben hier auch große und sehr bekannte Unterstützer in dem Bereich. So viel zur Pro-Seite. Schauen wir mal die mögliche negative Seite an, also die Con-Seite. Und da fallen mir direkt ein paar Sachen ein. Zum einen muss man einfach wissen, dass Polygon bereits schon richtig massiv Rendite eingefahren hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt hier nochmal eine Ver-50-fachung, Ver-100-fachung haben könntest, ist in meinen Augen nicht mehr ganz so gegeben. Ja, grundsätzlich ist auch immer das, investierst du in das, was jeder tut, kriegst du auch das Ergebnis, das jeder hat. Und da sage ich auch einfach ganz klar, ist Polygon vielleicht nicht die erste Wahl. Aber der Sektor an sich wird langfristig sehr gut performen. Ein weiteres negatives Beispiel wäre dann natürlich die Entlassung bei Polygon Labs von 20% der Mitarbeiter. Jetzt muss man sich natürlich aber auch sagen, das ist News vom Februar 2023. Das heißt, welche große Firma, die vorher geheiratet hat, eben entsprechend auch eingestellt hat, in diesen Wachstumsbereichen, entlässt gerade aktuell nicht. Ja, das heißt, ganz so negativ würde ich das natürlich jetzt nicht unbedingt sehen, weil sehr viele, 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 viele Tech-Firmen, Meta da zum Beispiel auch ganz gut genannt, haben in letzter Zeit viele Leute entlassen. Natürlich ist auch erstmal zu sagen, dass Polygon an sich, wenn du jetzt super mega gehypt bist und sagst, klingt super geil, mache ich, möchte ich auf jeden Fall investieren, gehe nicht davon aus, dass Polygon steigt, während der gesamte Markt vielleicht fällt. Das heißt, alles bei Krypto korreliert aktuell, natürlich, wird sich auch so nicht ändern. Das heißt, fällt der gesamte Markt, fällt letztendlich natürlich auch Polygon. Ich habe mir dazu nochmal zum Fazit ein paar Gedanken gemacht und habe mir das Ganze mal für dich hier veranschaulicht, damit du eben entsprechend sehen kannst, was ich hier als Pro und was ich hier als Contra sehen würde. Pro natürlich die starken Partnerschaften, unter anderem eben entsprechend auch Mastercard, wie wir es schon gesagt haben, die starke Nachfrage an Layer 2 per se. Ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil letztendlich, je mehr Leute auf diesen Netzwerken arbeiten, desto interessanter werden Lösungen, die es kosteneffizienter machen. Polygon ist natürlich skaliert oder kann skalieren, kann gut skalieren und bietet auch das Thema Staking an. Also auch für langfristige Investoren definitiv etwas, das interessant sein könnte. Wir haben schon die großen Unterstützer auf jeden Fall, auch nicht nur Marken, sondern auch wirklich Namen, die damit in Verbindung stehen. Das Ganze ist aber auch hier, wie du sehen kannst, EVM-kompatibel. Wenn du das noch nicht so genau durchschauen kannst und weißt nicht, was das ist, lass mir auf jeden Fall an dieser Stelle gerne einen Kommentar da. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein gesondertes Video. Auf der Con-Seite haben wir entsprechend die hohe Marktkapitalisierung. Darauf bin ich gerade schon eingegangen. Wenn du davon ausgehst, dass du Vermögen aufbauen möchtest oder sowas, dann musst du vielleicht was anderes tun. Als Beimischung definitiv ein Coin, den man sich mit angucken kann. Aber wenn du noch 10, 20, 30x machen möchtest, ist das gemessen an diesem Investment wahrscheinlich eher weniger möglich. Viel Konkurrenz. Wir haben vier davon oder drei davon theoretisch auch schon vorgestellt. Es gibt hier auch noch weitere Konkurrenten. Also dementsprechend hast du hier natürlich einen großen Bereich, wer dann letztendlich das Rennen macht, ist so nicht entschieden. Polygon hat natürlich aber auch den Vorteil, dass es First Mover ist in dem Fall. Und natürlich hängt von dem Erfolg von Ethereum ab. Das heißt, läuft Ethereum nicht und irgendeine andere große Smart Contract Plattform wird letztendlich das Amazon im Bereich Krypto für diese Sparte, für diesen Sektor, für diesen Bereich, dann heißt das natürlich auch, liegst du mit Polygon auf jeden Fall falsch. Solltest du dir jetzt denken, hey cool, klingt irgendwie nice, wie kann ich denn zum Beispiel Coins bewerten, Altcoins bewerten für mich, vielleicht als Anfänger oder als jemand, der schon ein bisschen weiß, was er tut, dann empfehle ich dir auf alle Fälle mein Video Satte Rendite mit Altcoins. Das habe ich erst vor ein paar Wochen aufgenommen. Simpel, aber extrem effektiv, gerade so für die ersten Steps auf jeden Fall. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Also, wir sehen uns gleich im nächsten Video.